Spiel mal ein bisschen Musik. Ach, jetzt hör auf, geh endlich. Da, ey, uh, sag deine letzte Zeile nochmal. Los! Sie haben ihr Geld, jetzt machen sie sich aus dem Staub. Ob ich bleibe oder geh, wer weiß das überhaupt. Kommt's vom Rampenlicht oder weil wir es zwingen? Bei der Polizei dürfte es gleich klingeln. Ich hör nicht auf und ich fang erst ab. Hinsetzen, hinsetzen. War nur Spaß. Alle wieder hoch, los. Das gehört nicht zur Show. Mach mir ein Outro. Können Sie wechseln? Die Schauspieler sollen ein Trinkgeld kriegen. Das geht nicht zum Rampenlicht oder garst. Ich habe den Brief tee. Ich mache den Brief.